Hallo zusammen, grüßt euch. Dieser Trailer beschäftigt sich nochmal mit diesem ganz entsetzlichen, ja ich nenne es wirklich Mord, das war kein Totschlag, Mord, wo ein Assylaner ein Weib und deren Junges auf die Gleise geschubst hat und das Junge dann verstorben ist. Und da hatte ich gestern auch mit der Diana ein wahnsinnig tolles Gespräch gestern war der 29.07., dann ist ja dann heute der 30.07.2019 und wenn ihr da ein paar Sachen raushören wollt, ist okay, mache ich gerne. Und ihr seht es ja dann wieder auf VK, Bitshoot oder Telegram.